Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Ja, ich hatte in den letzten paar Tagen Probleme mit Regnum Mein Charakter hat sich immer in der falschen Position befunden, irgendwo daneben oder so Oder steckte irgendwo zwischen dem Felsen fest oder so Und ich konnte weiterspielen, ich konnte alle anreden, aber die waren zu weit weg Also ging es nicht Und ich versuchte Quest zu machen als möglich, damit ich ein bisschen hochlevel Ich bin nun Level 22,5 Und ja, ich hab jetzt eine Quest, ich muss wieder raus ins Kampfgebiet In die Warzone Ach komm, lade Ich muss... Ah, ich muss gar... Ah nein, ich war ja schon Ich war ja schon hier, stimmt Also muss ich zurück Nach Dosim Der Black Death Ist hier Kenn ich jetzt nicht Die Paladine, die... Sehen immer so aus, als würden sie Panzer sein In den hochleveligen Levels Nicht mehr nach Rüstung sieht er sein Ja, so ist... Ja, so ist... Ja, so ist... Die Richtung der Paladine, sie werden immer wie fetter Aber ich liebe Beschwer mit den Robben Sie sehen immer so süß aus Und mit den Engelsflügeln, oh... Ja... Caro Herzen, Herzen, Herzen Caro Herzen, Herzen Da ist jemand verliebt In die Caroline Carolina Herrera Okay Ja, wir wollen eben weiterleveln, damit wir hochläbig werden Damit wir an der Warzone schön mithelfen können Und ähm... Ja... Spass haben Richtig Spass haben Direkt um Spass haben Wow Ui... Stacey I love you Ja, jetzt kommt das Ähm... C Oh, noch nicht ein Stück Hab ich bekommen Ja... Ist leider ein bisschen Weit weg Vor allem in der Geschwindigkeit Aber hier unten haben wir schon Die ersten Häuser Von da zu dosim Ein Liebeschatt Also... Wo haben wir das zwei Da Und wohin? Wohin? Dahin Dachte schon Das blöde Luftschiff Symbol War Drin Ja, da Verdeckte das Fragezeichen Ja... Ja... Die Beschwering ist schon geil Also... Cooler Charakter Eigentlich einer der Besten Wobei der Baba Schon auch gut ist Aber der hat Macken Große Macken Und ja... Und dann leider noch mehr Ja... Jetzt haben sie den Schützen Ein bisschen genervt Also jetzt... Vor... Drei... Vier Monaten Ja... Und ja... Ist nicht so gut Das ist nicht so gut Das ist jemand am Kämpfen Man hört manchmal die Geräusche ohne Als irgendetwas zu sehen ist Wahrscheinlich weiter weg oder so Das ist nicht so gut Du... 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 Diese Arena hier... Was war das mal? Eine Burg Könnte hinhauen Also so eine... Eine Festung Oder ein Anwesen So schön auf dem See Das könnte auch eine Anwesen Gewissen sein Der Turm war halt hier Irgendwas zur Decke oder so He... Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden Weil... Rechnung nicht so auf Geschichten Von... Orten und so Eingeht Ja... Ich hätte es gerne gehabt Aber... Es würden... Es würden wahrscheinlich die meisten Ignorieren Und da müsste es einfach nicht drin Hier sind überall diese Zyklopen Die sind noch schwer Der ist sogar noch unmöglich Was jetzt nur noch Ständchen oder sowas Bisschen leckt jetzt aber nur ein bisschen Aber... Fraps hat sich wenigstens beruhigt Ich dachte schon Ich muss es wirklich installieren Und irgendwas Neues Ding Am besten möchte ich ja Eine Grafikkarte kaufen Damit ich Shadowplay von NVIDIA benutzen kann Weil die kann man nur ab Der 600er Reihe Äh... Benutzen Mal schauen Vielleicht gehe ich heute noch Dann wird... Dann wird hoffentlich auch das Rücken aufhören Die Sängerin jammert lieber ein bisschen herum auch gut so, jetzt sind wir gleich dort einmal sagen wir an wilde Orks, junger Zyklop ok wilde Orks, wo sind die schon wieder sind das die ja, das sind die um Korso schön und hier haben wir noch eine Quest abzugeben oder war das die, die es nicht gibt? nein, die gibt es ok vielleicht war es Box das letzte Mal, ob die hatte kein Anrufzeichen äh, Fragezeichen ja, dann gehen wir wieder zurück irgendwie werden die Texturen nicht so schnell geladen das liegt an der Engine da ruckelt es manchmal keine Ahnung ah ja, ich habe mir einen Freund hier zugefügt der hat mich angeschrieben und wollte mitmachen gerne ich werde jeden annehmen und ja mal schauen, wenn er online kommt ich glaube man sieht es wenn man ähm in einer Online kommt sieht man es irgendwo hier sind wilde Orks dann killen wir die mal eine eine von zwölf ok bald haben wir auch den Leaf oder den ähm den Tod weiß nicht, wie er das wieder heisst auch ein guter Zerber der hält auch ein bisschen länger durch mal schauen dann aber es geht ja sehr schnell mit dem Beschwerer wenn wir wenn wir wenig Mahne haben nehmen wir Aufopferung wenn wir wenig Leben haben nehmen wir heilen und so kann man uns eigentlich immer ready halten und die Beschwerungen sind sowieso zahlreich kann man immer wieder etwas beschwören sieben von zwölf ok sehr gut ich nehme mir mal Käferschwamm so hier unten hat es noch da müssen wir noch wilde Orks äh wilde Wölfe wilde Orks wir töten ja schon wilde Orks noch zwei sehr schön Zamz Zombies Ok hier haben wir jetzt noch die Wölfe wo sind die Wölfe? da sind Ausgewossene müssen wir ein bisschen durchlaufen dann werden wir hier die Zyklopen machen die sind aber nicht hier kommt das Schauen die sind dort unten oder um Riera wahrscheinlich also hier ist ein wilder Wolf ob der ist alleine nein ist nicht alleine ja und der kehrt wieder um ok, Dämonen kommen raus wir greifen sie an ok, haben wir das schon ja jetzt noch wilder Zyklop wahrscheinlich dort unten ok, da gehen wir nicht noch zurück Vizke come noch Witzke und dann noch und dann noch